Da sind wir wieder, er sagt, töte, töte, wenn ich dann Ende die Welt, oh nein. Also, ich würde jetzt gern ganz viel reden, okay? Also, fang gleich an, wovon redest du, Ende der Welt? Ich rede über das Ende von allem, wie wir es kennen. Keine Vögel, keine Bäume. Nicht mehr gibt es ja auch nicht. Und, was am problematischsten wäre, keine Menschen mehr, keine Leute mehr. Du musst sie beenden, du musst sie töten. Genau, aber wie kann eine Prinzessin, die unten eingesperrt ist, das Ende der Welt bedeuten? Häng dich nicht an den, an den, an den, an Kleinigkeiten auf. Es ist ein Job, es gibt einen Job, den du erledigen musst. Geh einfach dort rein und tu, was getan werden muss. Wir zählen alle auf dich. Okay, hast du irgendeinen Rat? Du bist bereits auf dem Weg, der zur Hütte führt. Warum wäre es hier, wenn es nicht eine sehr wichtige Aufgabe wäre? Wenn du es so weit gemacht hast, dann könntest du auch gerne den Ende der Reise erreichen. Okay, großartig. Schau mal. Du bist bereits auf dem Weg, der zur Hütte führt. Warum wärst du hier, wenn nicht um eine besonders wichtige Aufgabe zu erfüllen? Du hast es so weit gebracht und vielleicht erreichst du jetzt das Ende deiner Reise. Genau, hatten wir das nicht schon? Oder wollten wir das nur? Genau, also bitte, wir sind ein Held. Also eine Prinzessin zu töten, das klingt wirklich schlecht. Oder nicht eine schlechte Sache. Ich weiß leider nicht, was Seamstresses heißt. Äh, Sesamstreuer sind das jetzt. Also, dann ist das wirklich was Schlimmes. Bist du Monarchist? Ist es so schlimm, ist eine Prinzessin zu töten viel schlimmer als einen Fischer zu töten oder einen Müller oder eine Sesamstreuerin? Wenn überhaupt, dann wäre es besser, eine Prinzessin zu töten, viel besser eine Prinzessin zu töten, als eine Sesamstreuerin zu töten. Sesamstreuer leisten immerhin etwas für die Gesellschaft. Okay, kann das nicht jemand anders machen? Ja, wenn das nur möglich wäre. Aber ich mache die Regeln nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe... Ehrlich zu sein, ich bin erstaunt, dass du so weit gekommen bist. Aber zu unserem Unglück bist du der Einzige, der das machen kann? Wie ich schon gesagt habe, ich mache die Regeln nicht. Egal, wie sehr ich mir wünsche, dass ich es wohnen würde. Ähm. Hm. Na, hast du dir schon mal überlegt, dass es vielleicht für mich okay ist, wenn die Welt endet? Äh, naja, vielleicht doch, ne? Und dann natürlich habe ich mir darüber keine Gedanken gehabt. Warum sollte ich das annehmen? Keiner will, dass die Welt endet. Ich meine, vielleicht wünschen sich das manche Töten, Töten, Leute, wie... Ich habe keine Ahnung, was Nihilist heißt. Ähm, das sind jetzt... Boah, ich habe keine Ahnung, was das ist in Nihilist. Nieser? Nies, Leute? Niesepeterer? Das sind, ähm... Irgendwas mit N. Nuss... Nusscreme-Lutscher. Okay. Vielleicht wünschen sich das manche Leute, so wie Nusscreme-Lutscher oder sehr, sehr böse Leute. Es ist ja ungefähr das Gleiche. Aber du bist doch keiner von denen, oder? Nein, nein, ich friere Nusscreme ein und esse sie dann. Hm, okay, machen wir das nochmal. Und dann hast du dir vielleicht schon mal überlegt, dass der einzige Grund, das ist, warum sich die Welt, äh, den Weltuntergang herbeiführt, ist, weil sie da eingesperrt ist. Und nun, ich, äh, ne, er, äh, finde das sehr schön, so mental herauszufordern zu sein, ne, dass, ähm, wie ist das Wort, was ich suche? Diskutieren und so Zeug, ähm... Na, philosophieren? Also, er würde sehr gerne philosophieren, aber wir arbeiten gegen eine tickende Uhr, wir haben keine Zeit, sagt er überhaupt. Okay, und dann wie auch immer, lass es mich zusammenfassen. Die Prinzessin ist eingesperrt, weil sie gefährlich ist. Sie ist nicht gefährlich, weil sie eingeschlossen ist. Und bevor du dich entscheidest, noch mehr unserer Zeit zu verschwinden, indem du mich fragst, ähm, woher ich das weiß, lass mich dir einen, eine, eine, was eine pragmatischere Sicht, äh, auf die Situation bieten. Kausalität doesn't matter here, because the end result is the same, no matter what led us up to this point. If the princess leaves the cabin, the world will end. And there is no changing that. Kausalität, glaube ich, heißt das, äh, interessiert hier nicht. Weil das Endresult, denn das Endergebnis ist immer das gleiche, egal wie wir da hinkommen an diesem Punkt. Wenn die Prinzessin die Hütte verlässt, wird die Welt untergehen, weil es gibt nichts, was das ändert. Das Ei wird alles ruinieren. Okay. Und das bringt nichts darüber, über die Semantik zu argumentieren. Oder über ein metaphorisches Chicken, äh, Hühnchen oder Ei, ne, Dilemma. Denn das Ei ist bereits geschlüpft und es ist dabei, alles zu ruinieren. Finde ich gut. Das Ei ruiniert alles. Merkt es euch. Sagt es euren Töchtern, euren Kindern, euren Vätern und Großvätern. Erzählt es eurem Goldfisch. Das Ei wird alles ruinieren. Es sei denn natürlich, du erledigst deinen Job und bringst sie um. Äh, ja. Vergiss es, ich mach's nicht. Ist das dein Ernst? Nein, du musst es machen. Hm. Okay, ich geh hin. Aha. Okay, wir reizt. Lass uns das hinter uns bringen. Okay. Danke, dass du mir sagst, was ich tun muss. Das nicht, das nicht. Okay, ähm. Also, wir nehmen jetzt die lange Antwort. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt reden. Wir wollen jetzt genau wissen, was hier eine Sache ist. Okay. Wir wollen nicht einfach auf irgendwen losgehen. Das ist nicht okay. Nein. Okay, und er sagt, okay, pass auf. Ich gehe in die Hütte und ich rede mit ihr. Und wenn sie wirklich so schlecht ist, wie du sagst, dann werde ich sie vielleicht umbringen. Aber ich werde nichts unternehmen, bevor ich nicht die Chance hatte, mit ihr sie zu treffen. Äh, ne, von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Hm. Hm. Schön. Okay. Exakt. Nun, dann, äh, werden wir wohl einfach sehen, was passiert. Aber ein Wort der Warnung. Wenn du, äh, sie ausreden lässt, kann sie dich sehr leicht in ihrem Lügennetz gefangen nehmen. Und je mehr du ihr zuhörst, äh, mit ihren Honig-Düßen-Wörtern, desto schwerer wird es sein, dich da herauszuziehen. Dann sind wir alle verdammt. So sure. Go. Talk to her. See how that turns out for all of us. Na klar, geh hin und red mit ihr. Wir werden sehen, wie das für uns ausgeht. Ja. Ja. Die Prinzessin ist drin. Das haben wir schon gesagt. Genau, wir sollten die Prinzessin retten. Nein, einfach ignorieren. Oh, einfach ignorieren. Wir müssen keine Prinzessinnen retten. Wir dürfen mit ihr reden. Vielleicht, wenn wir das wollen. Aber, nein. Hm. Okay. Da waren wir schon. Okay, hier waren wir schon in dem Moment. Und es gibt keinen Spiegel. Wir wollen reden, aber wir haben ja gesagt, wir würden sie vielleicht, vielleicht umbringen. Wenn sie böse ist. Also nehmen wir die mal. Wir nehmen das Messer. Genau, ohne es schwer, sie umzubringen. Wir entern the basement. Okay. Okay. Aber cool bleiben, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Hm. Das hatten wir schon, ne? Da ist das Licht, was so ein unterfälligeres Licht, was vom Boden kommt. Schöne Holzplanken, wo man runterballert. Und es riecht und steckt, nicht wahr? Es ist ganz schön ekelig. Äh, es ist moderig. Und da schimmelt es überall. Der, die Holz, das Holz schimmelt. Das muft. Das ist feucht. Da kriegt man Arthritis von. Ich merke jetzt schon, wie mein Knie wieder wehtut. Ach, ach. Äh, ja. Und genau. Es wäre, wie immer, wie immer, behauptet er, es wäre, wir würden ihr einen Gefallen tun, wenn wir sie umbringen. Ihre Stimme? Diese Stimme hatten wir auch schon. Dangerous, genau. Sie klingt gefährlich. Als wäre sie diejenige, die uns jagt. Genau. Manipulation. Hi, just checking you. Das sagen wir nicht. Hi hatten wir schon. Also, wir sagen jetzt einfach mal, ich wollte nur gucken, wie es dir geht. Hm. Schönen und sie sagt, oh, das ist wirklich lange, seit jemand hier runtergekommen ist. Äh, ich habe schon gedacht, sie haben vergessen, dass ich hier unten bin. Sie ist wieder bezaubernd. Genau, sie ist angekettet. Also, also. Sie ist wieder angekettet und wir sehen sie wieder bezaubernd. Wahrscheinlich haben wir das ein bisschen verschoben. Ein bisschen bezaubernd und ein bisschen, äh, mit Schwanz und Hufen. Wird viel mehr am besten, tatsächlich. Wundervoll. Genau, was kann wirklich die Held beenden? Die eine ist von Anfang an verdammt gruselig. Die wirkt sehr gefährlich. Und die andere will uns einfach nur den Afer sollen. Und zwar nicht auf die gute Art. Fokus auf die Tatsache. Also, dre dich an, was du tun willst. Und da bist du also. Bist du hier, um mich zu töten oder so? Was? Kein, nein, warum sollst du das glauben? Und dann, ah ja, es ist mich erwischt. Ich bin hier, um mich umzubringen. Und dann, nu, 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 nu. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich bin hier, um zu reden. Ich finde es gut. Lass uns nu, nu, uh sagen. Nu, nu, uh. Dann lass das Messer fallen. Wir sollten. Es wäre sonst sehr schwierig, Vertrauen aufzubauen. Tu es nicht. Genau. Genau. Wir wollen erst reden. Drop it. Das ist schön. Also, die Messer sind aus unseren zitternden, scheinbar zitternden Händen gefallen und auf den Flur, also auf den Boden gefallen mit einem, unzeremonieren, also mit einem unschönen Klang. Danke. Vielleicht können wir jetzt einfach reden. Gegen besseres Gewissen, oder was? Gehst du vorwärts und sprichst mit der Prinzessin in Angesicht zu Angesicht, unbewaffnet. Ich will ja nichts sagen, aber man hätte auch von da hinten mit ihr sprechen können. Von... Wir werden uns gut gehen. Ich weiß nicht, was du hier hattest, aber ich kann dir sagen, dass es keinen Grund mit ihr zu hören. Just make sure you don't forget about the blade on the floor. You're going to need it. Okay. Ja. Ich weiß, wem du hier überzeugen willst, aber ich kann dir versichern, es ist, äh, ne? Es bringt nichts, mit dir zu reden, glaub ich, oder so. Ach, egal. Denk auf jeden Fall, ne? Bitte vergiss nicht, dass du ein Messer auf dem Boden hast. Du wirst es brauchen. So, hier sind wir also. What an awkward start to a relationship. So, hier sind wir also. Wirklich ein seltsamer Start, um eine Beziehung zu beginnen. Äh, ja, das ist, äh, sehr komisch. Und dann eine Beziehung. Also, stehst du auf mich, oder was heißt das? Wie, was, wie bekomme ich dich hier raus? Oh, das geht aber direkt los. Oh, da haben wir noch einiges zu tun. Ich bin hier, weil du die Welt beenden, ne? Die Weltuntergang lässt. Es gibt Leute da draußen, die glauben, dass du den Weltuntergang auslöst. Was sagst du dazu? Voll das Interview einfach. Okay. Wie ist dein Name? Auch schön. Wie lange bist du schon hier unten? Auch schön. Weißt du, warum ich hier bin, um dich zu töten? Und dann, ah, wir haben genug geredet. Nein, wir haben nicht genug geredet. Wir fangen gerade erst an. Ich würde sagen, wir fangen an mit, äh, wie heißt du denn? Oh, was sie zögert, bevor sie antwortet. Wow. Oh, was? Du kannst mich, ähm, eure königliche Hoheit nennen. Oder eure Majestät. Alles, äh, edle, Hochtrabende ist in Ordnung, wirklich. Du kannst dir nicht vertrauen. Beachte das Fehlen von Details. Du kannst dir nicht vertrauen. Okay. Äh, wie lange? Wie lange bist du hier unten? Wo war das? Genau. Too long. Too long. Wow. Danke. Genau, wieder, sie, äh, ne, redet um den heißen Brei herum. Egal, wie sehr du das versuchen wirst, sie wird dir keine direkte Antwort geben. Ich dachte, die manipulieren uns ein bisschen, aber hey. Ähm. Eine Relationship? Stehst du? Okay, okay. Mann, 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 dieser gelangweilig. Okay. Versteif dich nicht an irgendwelche komischen Gedanken. Wir sind zwei Menschen, oder Leute, die sich gerade getroffen haben. Nach der Definition haben wir eine Beziehung. Okay. Okay. Ich bin hier, weil du dir die Welt beenden trittst. Ach, erzähl dir das nicht. Okay, sie sagt, ach, deshalb haben sie mich hier runtergeworfen. Aber ich will niemandem wehtun. Ich mag die Welt. Glaube ich. Oje. Ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht mehr an sehr viel. Ich bin schon sehr lange hier unten. Wie lange soll sie hier unten sein? Das wäre ja dann schon mal ein Punkt, oder? Wenn sie so jung noch aussieht und angeblich so ewig hier unten ist. Wobei, natürlich, Zeit relativ ist. Und wenn du da unten bist, ohne jegliche Beschäftigung. Kann dir auch eine Woche vorkommen wie Jahre. Wenn ich in der Lage wäre, die Welt der Welt herbeizuführen, wie bin ich dann hier unten gelandet? An eine Wand gekettet? An eine Mauer, wie auch immer. Haben sie dir erzählt, warum ich angeblich so gefährlich bin? Oh, 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 oh. Der Blick, der Blick, der Blick, der Blick. Der Blick. Okay, ähm, ich habe genug erzählt. Ich hatte aber oft, dass du es mir erzählst. Was würdest du tun, wenn ich dich hier rauslassen würde? Wow, wow, wow. Nein, aber ich bin sicher, sie haben ihre Gründe, diese Information von mir geheim zu halten. Nein, und wenn ich ehrlich bin... Und wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht mehr versucht, dir zu trauen, als ihnen. Klar? Und dann, früher oder später, wirst du erkennen, dass ich nur in deinem Interesse handele, im Herzen habe. Hoffentlich früher. Sie sagten, wie süß. Nun sei ein Schatz und helf mir hier raus. Oh, dann würdest du das damit tun. Wir können, ähm, uns anschauen, wie wir mit denen klarkommen, nachdem ich frei bin. Natürlich. Einfach so. Actually, I changed my mind. I don't trust you. Ah, jetzt sind die Unketten-Other-Suchung. Ich sehe, was ich tun kann. Nein, ich habe noch ein paar Fragen, bitte. Okay, was willst du wissen? Sie ist wieder total begeistert. Ähm, was, wie kriege ich dich hier raus? Fehlt da jetzt noch eine Frage? Haha, kannst du nicht. Ich dran. Und ich glaube, du hast den Schlüssel nicht, oder? Ja, ich bin sicher. Es gibt einen Schlüssel irgendwo, hier irgendwo. Und wenn da keiner ist, können wir dieses Messer einem guten Nutzen zuführen. Jep, einfach abschneiden. Ja, ihre scharfen Augen. Sie wirft einen Blick, ne, auf die. Besser. Irgend nicht das, was ich denke, oder? Ja, doch. Doch, ja. Ich bin sicher. Ja, einfach Hand abschneiden. Ähm. Kann ich nichts machen? Okay, wir haben genug geredet. Hast du dich entschieden, was du mit mir machen willst? Du weißt, warum du hier bist. Ähm, okay. Oh, okay, okay. Ich würde jetzt sagen, wir versuchen das. Wir sind ja hier ganz entspannt. Also, ich möchte dich hier unten eingesperrt lassen. Wenigstens noch eine Weile. Da können wir uns besser kennenlernen, während ich entscheide, was ich tue. Das scheint mir ein guter Kompromiss zu sein. Sie alle leben zu lassen, ist zu riskant. Wenn du nicht bald um sie kümmerst, wird sie einen Weg hinausfinden. Auf irgendeinem Weg, einen Weg oder einen anderen. Ich werde einen Weg hier rausfinden. Du kannst es leichter für uns beide machen, wenn du hilfst. Ups, ich habe Quick-Safe gemacht. Und wenn du nicht hilfst, kann ich dir versprechen, dass du diese Entscheidung bereuen wirst. Du musst eine Entscheidung treffen. Lass uns hoffen, dass es für uns alle hoffen, dass es die richtige ist. Ich mag das Spiel, ich mag das Spiel. Es ist so, ne? Es sind nicht diese Jumpscares und Dings, aber es hat echt einen Reiz. Es hat wirklich einen Reiz. Okay. Und dann... Oh, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich sperre sie hier ein. Okay, du glaubst, dass das eine Kompromisse ist, aber das ist ja nicht. Keiner gewinnt hier. Das ist... Was der Held sagt jetzt. Okay, die klingen so ähnlich, finde ich. Das ist okay. Wahrscheinlich, weil es alles dergleiche ist. Es ist eine Chance, die wir ergreifen. Wir können dafür sorgen, dass es funktioniert. Wir bleiben einfach hier und beobachten. Niemand muss sterben. Du machst einen Fehler. Oh, spannend. Du drehst der Prinzessin den Rücken zu und gehst zu den Treppen. Ich werde nicht lange brauchen, um aus diesen Ketten rauszukommen. Und wenn ich einmal hier raus bin, werden alle dafür bezahlen, dass sie mich zurückgelassen haben. Ja, vielleicht. Slip hat sie gesagt. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass sie rausflutscht oder dass sie sie kaputt macht oder so. Oder öffnet. Und dann, äh... Das kann sie nicht, oder? Sie braucht unsere Hilfe, um rauszukommen. Aber hast du gehört, wie sicher sie sich klingt? Ich glaube nicht, dass sie blüfft. Wie auch immer, sie hat ihre Maske fallen gelassen, oder nicht? Du kannst immer noch umdrehen und es erledigen. Oh, was für eine Erleichterung. Ich hatte... Was ich war, hatte Angst, dass ich bereits zugestimmt habe, sie nicht umzubringen. Nein, nein, wir bleiben beim Plan. Nein, wir sperren sie ein. Du musst uns alle umbringen, aber okay. Okay. Mach, wie du willst. Als ob das hilft. Okay. Haben wir das Messer unten gelassen. Das wäre perfekt. Also, du hast die Basement Tür geschlossen. Ähm... Verschlossen. Also, geschlossen, verschlossen. Und mit dem Stuhl... Stuhl mit dem... Genau, mit dem Stuhl. Ihr seht alle, das ist ein Stuhl. Jeder weiß, dass das ein Stuhl ist. Ich sitze auch auf sowas. Mit dem, ne? Schweren Holzstuhl verbarrikadiert, der auf dem einmal das Messer lag. Okay, wir können das Ganze funktionieren. Okay, und wir lehnen uns gegen die, ähm... Wand und beobachten die Basement Tür. Oh. Oha, 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 okay, okay. Es dauert nicht lang, bis du abdriftest, ne? Deine Augenlider werden schwer vor Müdigkeit. Aber der Schlaf kommt nicht. Äh, und stattdessen wird deine Pause unterbrochen. Von einem durchdringenden... ...garomark erschütternden Stimme, die nach dir ruft. Von der anderen Seite der Tür. Ich weiß, dass du noch da bist. Warum machst du die Dinge nicht leichter und lässt mich raus? Es ist nicht so, als könnte mich diese kleine Tür lange, sehr lange aufhalten. Und es ist vielleicht eine gute Idee, zu versuchen, und zurück an meine... ...an meine gute Seite zu kommen. Sie klingt furchterregend. Sie ist weniger wie eine Prinzessin, die wir gesehen haben und... ...mehr wie etwas, was einem Albtraum entsprungen. Was, als sie gewaltsam gegen die Tür hämmert, versuchst du das Beste, um sie aus deinen Gedanken zu verballen. Genau, wenn ich hier rauskomme, wenn ich hier raus bin, werde ich dich Stück für Stück auseinandernehmen. Ich gehe hier apart, auseinanderzupfen, ja? Arme Beine, Hände, Füße, Finger. Ich werde dir nicht vergeben. Ich werde dir nicht vergeben. Das, was du getan hast. Nee, ich werde nie vergessen, was du getan hast, und ich werde es niemals vergeben. Du hast keine Ahnung, welchen Feind du dir heute Nacht gemacht hast. Das klingt nicht, als wenn sie schwächer wird. Nein, das klingt nicht so. Okay. Wie ist das? Beschimpft mich, oder was alle, so wie du willst. Das erleichtert nur mein schlechtes Gewissen. Also, all das von dir war nur gespielt, nicht wahr? Du bist nicht wirklich, du bist nicht unschuldig und harmlos. Du bist nicht mal eine Prinzessin, du bist ein Monster. Ignorieren und einschlafen? Verdammt, 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 ist das interessant. Okay. Okay, wir sind ganz getroffen. Du hast nur gespielt. Ich kann unschuldig und harmlos sein, wenn ich es will. Wenn du mich mit frischer Luft behandelst und einer Chance, endlich frei zu leben. Was? Teasing me? Hä? Okay, also wenn du mir das irgendwie verwehrst oder was, reinlegst, dass ich frische Luft schnappen kann. Sie will da nicht nett sein. Okay, wir sind jetzt, das ist wieder vorbei, Mann. Da gibt es noch so, was wir machen können. Ich will noch andere Sachen hören. Okay, wir verbanden das aus unseren Gedanken. So, und lehnen uns gegen die Wand. Ach. Wundervoll. Heißt, das ist ja wahrscheinlich die ganze Zeit gewartet, bis wir auch wach sind, dass wir das mitkriegen, nicht wahr? Sie hat uns auch wecken können, aber hey, sie wollte uns das gönnen. Okay, mitten in der Nacht wach geworden. Äh, zu einer stillen Hütte. Das Klopfen hat gestoppt und die Tür ist geöffnet. Das Schloss ist gebrochen und der Tisch ist zur Seite geschoben. Wo ist sie? Danke, dass du mir geholfen hast, aus diesem fürchterlichen Keller zu fliehen. Du versuchst, auf deine Füße zu kommen, aber als dir die Prinzessin näher kommt, ist es so, als hätte dein Körper einfach vergessen, ne? Es war Arbeiten eingestellt, vergessen, wie er funktioniert. Haha. Okay, okay. Kommt nicht alles auf einmal. Die Lähmung kommt in Wellen. Erst werden deine Zehen taub, dann deine Füße, dann deine Beine. Du liegst auf dem Boden der Kabine. Du kannst nichts weiter tun, als zu beobachten, wie sie näher kommt. Auf welchen Seite bist du? Yours, of course. Ich bin natürlich auf deiner Seite, aber ich habe die Aufgabe, ich muss die Wahrheit erzählen. Ich muss an den Fakten bleiben. Ne, über die Wahrheit zu lügen ändert die Situation nicht. Ah, so hilflos. Ich kann mir Zeit nehmen mit dir, nicht wahr? Mhm. Sie kommt näher. Ein leiser Fuß, äh, Fußtritt. Leiser Schritt nach dem anderen. Ihren, beschüttelt ihren Kopf in, was auch immer. Also deine, wir fühlen, wie die Organe nach und nach in Geist aufgeben. Warum auch immer. Vor Schreck gestorben gibt's ja. Ich bin auch kurz davor. Vielleicht kann ich mir keine Zeit nehmen. Du siehst nicht gut aus. Ein bisschen, du bist ein bisschen grün um die Nase. Was für eine Schande. Wenn du mir nur geholfen hättest, da rauszukommen. Wir hätten so wundervolle Sachen zusammen unternehmen. Deine Lungen ziehen keine Luft mehr ein. Dein Herz friert ein in deiner Brust. Du hast nur noch Sekunden zu leben. Ich würde ja sagen, viel Glück beim nächsten Mal. Aber wir wissen beide, dass das das Ende ist. Nicht wahr? Ja, doch. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass so alles endet. Tut mir leid. Aber so ist es. Alles wird dunkel und du stirbst. Das hilft, es heilt die gött.